Das ist nicht, ja nicht. Lisa ist mit ihr im Handy verwachsen. Du bist einfach so feige, es dir selbst zu sagen. Ja. Was soll's. Du, ich hab dir gesagt, ich rede ja nicht mehr mit dir drüber. Ja. Ich werd's dir dann sagen. Tschüss. Tschüss. Lisa? 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 Ja? Ja. Ja? 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 Ich hab was gekocht, wenn du Hunger hast. Und was hat er gesagt? Ja? 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 Ja, oder? Dein Vater hat eben angerufen. Ja, bis später. Bist du allein? Hä? Er hat abgesagt. Er hat abgesagt. Du doch nicht so betroffen. Heuchlerin, es freut dich doch. Mama, warum schreibst du so eine Scheiße? Bist du wieder besoffen? Bist du allein? Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020